Ich habe kein Geld, seitdem ihr mich gefeuert habt. Ich glaube, du hast gekündigt. Dann nehmt mal unsere Trainingszeit. Wenn ihr uns schlagen könnt. Oh, scheiße. Ich habe mich bei Eurosport in London beworben und die nehmen mich. Kann Sarah jetzt erstmal bei dir wohnen? Was? Äh, ich... Das wird der absolute Horror. Ich habe die Absicht, bald ein großes Fest zu feiern und bin bereit, jeden Preis zu bezahlen, wenn ihr auch kommt und so lieb seid, euer Wasserballett aufzuführen. Für zehn Riesen machen wir es. Schwimmverein Die Schwäne, sind sie Breitensportler? Mein Körper ist in Top-Form. Das sieht super aus. Victor, warum gehst du unter? Was zum Tafel macht ihr hier? Synchron-Schwimmen. Ihr schwulen Pack. Wer planscht denn hier im schwarzen Gummifummel rum? Wir brauchen einen Trainer, das ist ja wohl klar. Der Kunstschwimmverband hat ihren Antrag nicht angenommen. Ich bin eine Nähte. Ich kann dir helfen. Rein ins Wasser. Wir haben uns wirklich gefunden. Wir werden zur WM fahren, das ist eine seriöse Sache. Warum kannst du keine normale Midlife-Crisis haben? Ihr habt jetzt schon viel mehr Publicity, als ich sie jemals hatte. Ich wünsche dir viel Glück. Sie ist meine Tochter, habt ihr verstanden, ja? Sag mal, was macht ihr denn hier? Wir trainieren, na wir trainieren. Wonach sieht's denn aus? Gestrahlende Wale sehen außer aus.